Minecraft-Map, 60 Duelle. Max und Yannick machen sich glatt auf die Schnelle. Einer von beiden wird auf jeden Fall siegen, der andere bleibt auf der Strecke liegen. Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Minecraft 60 Duelle. Ich bin Martin LittleComperspray und einfach nur Yannick und da vorne düst der Max auch schon in der Runde rum. Sieht das nicht knuffig aus, ich find's unglaublich schön. Merci beaucoup. Das ist immer noch Max. So, wir gehen jetzt auch schon straight zu den nächsten Duellen, denn wir haben jetzt die Duelle 41 bis 60 vor uns. Und, ähm, was steht hier denn? Diamanten essen und Rüstung dürft ihr behalten. Werft alles rein, was ihr habt. Ja, dann werfen wir alles rein, außer das Essen. Aber das Essen brauchen wir sowieso nicht, weil wir auch friedlich spielen. Gut, dann, äh, ich bin Player 1, also geh ich hier mal rüber. So, nur für Diamanten. Gut. Die Rüstung ist ja auch nochmal, aber das ist die Rüstung, die wir selber haben. Perfektus. Dann drücken wir mal auf den Schalter da, Time Set Night. Äh, ja. Dann legen wir uns einmal kurz ins Bettchen. So, und dann wollen wir uns auch schon gleich dem Dings Duell einführen. 44, ach, 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 ach. 41 wird man craften, sieben Diamanten. Der Crafting-Täfel darf an- und abgebaut werden. Okay. Wenn's ums Craften geht, kann ich so nichts, äh, sticks. Okay. Ähm. Muss ich mir eine Leiter bauen, oder was? Warte. Ach, shit, 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 shit. Ich muss doch 100 pro den Crafting-Täbel mitnehmen. Uuuuuh. Ich wusste, dass ich den Crafting-Täbel mitnehmen muss. So. Eisenbahnen. Lohra. Oh Gott. Ich hab mich erst da gar nicht reingesetzt. Ach, scheiße. Jetzt hab ich den Crafting-Täbel vergessen. Du, 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 du. Was muss man hier bauen? Oh Gott, was ist das denn? What? Ähm. Okay, ich brauch einen Pfeil und Bogen. Äh. Oh, das hab ich noch nie gebaut, was man hier bauen muss. Pfeil und Bogen? Das Ding ist, ich weiß nicht, wie man, äh, einen Pfeil baut. Scheiße, wie baut man einen Pfeil? Ah, ich hab einen. Glücklicher Mensch. Und raus hier. Scheiße, wo geht's hier raus? Jetzt baue ich auch noch... Oh Gott. Ne, warte, den Schalter kann man... Ne, trotzdem brauche ich die Bluecrafting Bench. Heidewitzka. Bei uns regnet's draußen übrigens gerade, äh, bis zum Exitus. Falls ihr das im Hintergrund hört, tut mir das leid. Wir sind nämlich in England. Ja, genau. Wir sind gerade in England. Hä? Wie baue ich den Pfeil? So. Kannst schon durchkommen. Ich hab die Tür aufgemacht. Warte. Ich hätte vorher vielleicht die Diamanten rausnehmen sollen. So. So. Bist du durch? Du bist durch. Gut. Ziehe die XP-Kugeln auf die Druckplatten. XP-Gereine. Acht Diamanten. Okay. Hä? XP-Gerenne. Heidewitzka. Was soll das bedeuten? Gehst du auf deine Druckplatte? Minions? So. So. Was ist das? Druckplatten. XP. Wo krieg ich denn XP her? Ach so. Bei mir kommt die XP so durch den Boden durch. Obwohl. Warte mal. Man kann die ziehen. Warte mal. Wie hieß das Spiel überhaupt? XP-Gerenne. Du musst XP aufm Boden packen und die Kugeln die aufm Boden sind musst du zu den Druckplatten ziehen. In denen du über die läufst und dann so zu den Dings gehst. Anscheinend zählen die XP die da sind nicht? Bei mir klappt das nicht. Bei mir klappt das auch nicht ganz richtig. Bei mir klappt das auch gar nicht. Doch jetzt! Okay. Es klappt sehr bedingt. Aber irgendwie klappt es. So. Da hat es auch geklappt. Komm schon. Boah. Bewegt ihr euch langsam. Haut rein! Bewegt dein Arsch. Komm schon. Bewegt dein Arsch mal an. So. Jetzt holen wir uns mal neue XP. Denn die von da hinten mitzunehmen ist dauert mir zu lange. Das kann ich gar nicht. Neue XP nehmen. Doch doch doch. Musst du öfter eine Flasche kaputt machen. Also öfter aufm Knopf drücken. Die müssen ja auch nicht auf den Druckplatten liegen bleiben. Die müssen nur einmal drauf. Oh oh. Lol. Anscheinend musst du doch drauf liegen bleiben. Komm schon. So. Hier habe ich jetzt XP. Okay. Ihr sollt da bleiben, Mann. Ihr Scheißviecher. So. Was ist daran so schwer, dass ihr da bleibt und die anderen nicht? Habe ich die jetzt rum? Ja, habe ich. Oh Gott. Das war eine Qual. Boah. Du bist mir aber nah auf den Fersen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bewegt euch. Warte, man kann jetzt nach links oder nach rechts gehen. Okay. Gehen wir mal nach rechts. Jungs. Kommt doch mit. Oh. Jetzt bewegen sie sich schnell. Heidewitz. Jetzt bewegen sie sich schnell. Oh. Durch. Oh. Du kannst auch durch. Was zuhört. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Du hast noch welche gekriegt, oder? Fick dich. Ich hasse dich. 43. 2D. What the fuck. Okay. Neun Diamanten gibt es hier. Spielregeln wurden geändert. Okay. Anscheinend ist jetzt irgendwas anders. 2D. Was ist das denn? Da hinten ist die Tür, aber da kann ich nicht... Wir dürfen nichts kaputt machen. Das ist wichtig. Warte. Kann man nicht bei dem anderen abgucken, wo man hin muss? Ist das nicht genau das gleiche Spielfeld? Ist das das gleiche Spielfeld? Ich weiß es nicht. Warte. Da vorne ist es Wolle. Ich weiß es, wenn ich irgendwo bei solchen Sachen nicht weiterkomme. Bisher ist genau so ein Spiel gab es mal bei der Freaky Challenge. Freaky hatte also Phil. Vielleicht kennt ihr den. Achso. Ich muss Schalter finden. Phil, der hat ja mal dieses Minecraft Beef gemacht. Da war ich immer auch mal drin. Und ähm... Da gab es auch so ein Spiel, wo man sich so runtergraben muss. In so einem 2D-Tunnel. Das war auch richtig komisch. Och. So. Hier ist der rote Schalter. So. Oh, du bist vor mir, du bist vor mir. Du Sack, du Sack, du Sack, du Sack, du Sack. Wie viele Diamanten gab es hier? Neun, ne? Äh... Na... Ich hab noch nicht mal einen gekriegt. Fick dich! Äh... Times at night. Wir legen uns nochmal schlafen. Du Sack-Gesicht. Blätter dürfen zerstört werden. Steht da hinten schon gut. Wir dürfen auf jeden Fall ein paar Blätterkling kaputt machen. 44. Tarzan. Und Knochenmehl kriegen wir auch. Okay. Anscheinend müssen wir wahrscheinlich jetzt gleich Bäume hochziehen. Tarzan. Pass auf, wir müssen bestimmt von Baum zu Baum springen. Äh... Äh... Ich pflanze jetzt einfach zahlreiche Bäume. Und zieh die gleich mit Knochenmehl hoch. Zieht doch den Baum hoch und nicht Unkraut, Alter. Jo, der zieht Unkraut bei mir hoch und nicht den Baum. Danke. Voll nett. Das Spiel hasst mich. Wow! Okay, das war ein Baum. Wie viel Knochenmehl braucht man denn für so einen kack Baum? Jo. Ich habe einen Stack schon weg. Teilweise auch. Okay, manche Bäume wollen einfach nicht wachsen. Ja okay, die Bäume bei denen du zu viel Knochenmehl reinsteckst, würde ich einfach lassen. Das geht doch nicht. Die stehen dann irgendwie zu nah an einem anderen Baum oder so. Ah, okay. Sonst packst du da viel zu viel Knochenmehl rein und wir haben ja kein anderes. Kann man nicht irgendwie mit einem Sprung so schon am Ende auf einem Baum drauf nehmen? Ich habe richtig Angst, dass es nicht reicht. Ich baue irgendwie lieber zu viel Bäume als zu wenig. So. Übrigens die Hintergrundmusik mal wieder von Rakohus. Den hatte ich ja schon mal einmal bei mir drin. Ach Gott, und ich fall runter. Der so diese 8-Bit-Musik macht oder 16-Bit oder ich weiß nicht, wo da der Unterschied ist zwischen diesen Bitsachen. Das ist... Du Wichser, du hast es nicht schon geschafft. Doch. Du Hund! Wie kann... Hä? Du Hund! Warte, ich weiß noch nicht, ob ich den letzten Sprung hier schaffe. So. Fick dich. 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 Ich nehme mir irgendwie immer das Gleiche. So, ähm. Hä, hä, was ist denn da? Oh, hier ist schon das Ende. Fick dich, fick dich. Nein, nein. Einen habe ich gekriegt. Ha! So, 46. Der Plattenladen. Okay, neun Diamanten gibt es hier. Der Plattenladen. Walls Plattenladen. Und ich bin wieder irgendwas mit Platten. Das hast du beim letzten Mal auch schnell eingekriegt. Stoll. Boah, sind hier viele Platten. Oh, hier ist auch diese komische Scheibe, die kaputt ist. Wo man nur dieses, äh, weinen und schreien hört. Boah, die ist so krank, die Platte. Der ist so krank. Oh Gott, nimm die raus. Ist die krank, die Platte. Ich hasse die. Was hat man denn alles für Platten? Stretch. Elf. Melohee. Sherp. Melohee. Melohee. Ich packe jetzt einfach jede Platte mal rein. Welche Platte hatte ich denn noch nicht drin? War ich die schon drin? Oh, die Tür ist offen. Ich habe keinen Blastenschimmer, warum ich gewonnen habe. Aber du kannst auch durch. Fick dich. Warte, hier steht die Lösung. Warte, ich packe erstmal meine ganzen Schallplatten hier rein. Die Lösung. Wenn man die Platte mit dem Namen Wade abspielt, öffnet sich die Tür. Ah, okay. Ach, weil Wade und dann öfter. Ah, cool gemacht. Okay. 47, Jump. 8 Diamanten. Okay. Oh Gott, ich werde das richtig, richtig langsam angehen. Damit hier bloß nicht runterfalle. Boah, da musst du einen Fallschulschritt machen und du hast verkackt. Was hat es mit den roten Teilen auf sich? Hier ist ein Schall. Ah, das ist ein Checkpoint. Okay. Oh Gott. Oh, du sagst, 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 du sagst. Nein, und ich bin auf jeden Fall noch runtergefallen. Drück mal bitte den Knopf. Nö. Ey, komm, drück jetzt den Knopf. Ey, du fick dich. Leck mich. So, ein Knochenjob. Zehn Diamanten. So, ein Knochenjob. Das wird doch bestimmt super toll. Knochenjob sind. Dufte. Was ist denn hier ein Knochenjob? Hier drücken. Kriegen wir Hunde oder was? 51, was steht denn da drin? Aktiviere alle Druckplatten, damit sich der Ausgang öffnet. Okay, und hier ist eine Truhe mit Knochen drin. Damit kann man die erzählen. Oh. Du misst viel. Warte. Das bewegt sich einfach nicht bei mir. Leck mich. Der Hund bewegt sich nicht bei mir. Musst einmal rechts klicken, dass der sitzt. Und dann kannst du ihn rumschieben. Komm her, Hund. Komm her. Komm her. Oh, du bist beim Aufprall voll drauf aufgekommen. Ah, das kommt in den einen. Deiner ist tot. Tut mir leid, Hund. Nee, aber du stehst da im Weg. Hund, jetzt komm hier hin. Ich würde übrigens niemals im Reader auf Hunde schlagen. So viel sei schon mal gesagt. Ich schon. Nein. Aber mein Hund, der ist... Mann, was machst du denn? Was macht der denn? Ich komme jetzt einfach den nächsten Hund. Warte mal, kann die Druckplatten doch auch selber bewegen oder nicht? Kann ich mich nicht am Ende einfach auf die letzte Druckplatte selber draufsetzen? Müsst du auch gehen, oder? Da brauche ich einen Hund weniger. Weil die Hunde so dämlich ist das ein Hund echt wichtig. So. Noch ein Hund. Wie viel hast du schon? Ball. Okay, ich bin vor dir. Och, komm. So, du sitzt. Kann ich dich irgendwie wieder aus der Ecke holen, ohne dass du... Keine Ahnung. Der Hund, der mag es auch irgendwie in Ecken zu klemmen. Oh, geht der mit Feuer. So. Och, und jetzt auch noch eine Treppe hoch, oder was? Och, Kinders. Warte mal, kann ich aber auch eine Treppe hoch schieben, das ist gut. Ja, sie ist gut. Ja, nein, Hund. So. Hundi. Da ist er. Komm her. Was macht er denn? Was macht er denn? Die kommen da aber auch raus. Hier aus dem... Hier aus dem Schienerestaurant. Ja, ey. So. Wo schiebst du dich denn hin, Alter? Wie soll ich den da oben hinkriegen? Oder muss ich mich da am Ende draufstellen? Wahrscheinlich muss ich mich da draufstellen. So. Was? Der Hund hat sich da oben draufgestellt. Was? Der Hund ist einfach von Anhieb da oben drauf... Ich liebe dich, Hund. W-was? Wieso ist der Hund da oben draufgegangen? W-äh? Okay. Ich werde diesen Hund nie verstehen. Und alle nannten den Hund Brutus. Und niemand verstanden. Das habe ich jetzt einschmiedet für eine Hundefamilie hier. Im Start. Ja, leck mich doch. Das ist deine Runde. Meinst du? Ich hoffe, meine Runde machen genau nicht das, was ich will. Ja, warte ich mir gleich, glaube ich, durch. Ja. Bin durch. So. So. Was haben wir hier? Wir haben Angeln bekommen. Okay. Dann wollen wir mal eine Runde angeln gehen, wa? Guck mal, Max, ich angle dich. Ich angle dich. Oh, ich habe dich fast erwischt. Du machst es ja auch echt einfach. So. 49. Kein Name. 8 Diamanten. Gut. Angelspaß. So, was müssen wir hier machen? Ach, wahrscheinlich die Platten angeln. Okay. Ich rush hier durch, Alter. Wie soll man den... Oh Gott. Boah, ich bleib hier total dran hängen. Och, komm schon. Wie weit musst du hier nach vorne drücken? Komm schon. Das ist doch nicht wahr. Oh ja, getroffen. So, was muss ich jetzt machen? Hier ist eine Leiter. Ah, da hinten ist noch einer. Warte, wie? Hä? Achso, die Leiter ist nur zum gucken, oder was? Muss ich jetzt hin? What? Ach, hier ist jetzt die Tür aufgegangen. Ja. Du... Nein! Du Hund! Warte, wo sind wir jetzt 50? Ja, hier machen wir dann erstmal einen Schnitt, würde ich sagen. 50. Oder machen wir die 50 noch? Dann hätten wir 10 Duelle gemacht. Ja, 10 Duelle, komm. Ja, komm. Die 50. 6 Diamanten. Okay, 2 Gegenstände wurden von uns entfernt. Oh, das sieht aus wie ein Ding. Da darfst du nur nicht runterfallen. Du hast es geschafft. Obwohl, die Türen sind gar nicht offen. Toll, da zeig ich fallen nach hinten. Leck mich doch. Irgendwas ist anscheinend am Anfang, was man braucht. Hier ist was. Eine Druckplatte. Ich habe die Druckplatte nicht. Es gibt zwei Thronen bei dir. Bei beiden gibt es zwei Thronen. 1, 2, 3, 4, 5. Alle meine. Da hast du es wieder. Ach, da waren die. Versuche den Ausgang zu finden. Ja gut, das machen wir dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal gibt es dann die letzten neun Duelle. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part. Bis dann, euer Brain. Max hat die letzten Worte an euch. Viel Spaß. Damit. Ich gehe. Was, was, was? Das kam gerade nicht an. Was tust du heute? Nicht zum Kurs treffen. Gehe ich. Das ist korrekt. Bis dann. Ich... ... ...